hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen folge des darf noch 2 2 versus 2 auf der rufenanlage mit dem mutibär und mir euren rob hallo doppelterrano gerade eben noch geil und doppelterrano das letzte folge doppeltzerg wir müssen etwas doppelt spielen das hilft nicht aber ich kann die kombi ist besser als doppelt die terraner kombi ist am besten doppelterrano eigentlich ist alles mit terran eine gute gute wahl terran ist einfach über eigentlich ist alles über gegen was man gewinnt ist über alles über ja was waren die jetzt doppelterrano also brauche ich ja keine angst haben vor linken nur vor nein was kann ich sagen marine all in marauder in 1000 tanks ich werde auch immer eine 20er exe nehmen also ich werde diesmal meine exe spielen exe fressen nee exe fressen das ich vorher machen kommt ein bbf entweder scout oder oder wird gleich ja nee keine boxe gas ein gas hat auf jeden fall oder eine ich truhe immer so hoch das stimmt ja das sollte man tun um den supply block entgegen zu wirken ich weiß schon gar nicht mehr wann ich meinen chronoboos einsetzen muss ich hab jetzt noch mal meine brennen da kommst du dann chronoboos und noch meinen sonnen der eine ist terraner im übrigen dicht ja ist eigentlich sinnvoll für terraner ja komm ja komm ja komm ja komm als nächstes oberlotspeed ich geh da nochmal rein scouten ja sinnvoll das muss die queen da sein dann wird die queen ist da oberlotspeed wird angedrückt das ist der reaper oh der ist schon viel zu viel schaden gemacht die nächste rohnen werden obsiegen so soll es geschehen nur die gläubigen kein glück ey scheiß reaper ja das ist halt echt nervig mit double reaper vorwärts 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 Exit steht schon, ist saturiert, also teilweise. Gucken was der andere macht. 56 Marines. Und Excel auch schon. Teil saturiert. Also einkommentechnische Form. Ach, ich hasse diese Widow Minds. Ich hasse Widow Minds. Jetzt weiß ich warum das Spiel aufgehört habe. Weil ich einfach Widow Minds hasse. Die bösen Widow Minds. Es können Drops kommen, oder? Ormhafen steht. Naja, ich brauche ja schon fast gegen Drops. So, ein bisschen krypen wäre nicht schlecht. Den injecten wäre nicht schlecht. So, das wäre nicht schlecht. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Wird ausgeführt. Brauchen wir eine dritte langsam. So, hier haben wir einen Jacken. Da oben ist was gewesen. Kreuze. Ach, Kreuze sind auch scheiße. Ich komme. Das Schlimme ist einfach, dass die sie wegboppen können. Die haben wir jetzt einfach gut repariert. Hat er verloren. Oh, ich lasse meine Arbeiter unten alle. Alter, Kreuze. Oh mein. Ich habe Heuze. Das ist eine gute Gegend. Da müssen wir langsam ein Go machen. Vielleicht. Auch erstmal mehr Overlord. Aber wieso konnte sich der da hinworfen? Musst ihr das nicht sehen? Haben sie gescannt, oder was? Hm, wahrscheinlich. Also sowieso im Ball. Du kannst da scannen und bist dort. Ja, das finde ich auch absolut übertrieben. Ihr merkt schon, wir meckern euch nur. Aber so muss es sein. Ja, gemeckert muss immer werden. Da finden wir noch keine dritte, der eine. Da kommt was. Ja, abwarte, wo ich rein renne. Boah. Ich komme. Ich habe natürlich noch nicht viel. Ich habe einen Koloss. Oh, würde 5.000, würde du meinst. Also die holen meine ganzen Basen hoch. Ich habe fast ab, ey. Na, die wollen auf jeden Fall. Die skillen. Nicht genügen. Boah, Storm. Na, komm. Mineralienfeld. Ihr habt nicht genügend Mineralienfeld. Mineralienfeld. Hast du wieder mal eins abgeräumt, Jacke? Ja, ich habe den Oberseer. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld. Oh, jetzt habe ich ihn jetzt für ein Stück. Es wird nicht reichen, wenn er noch mehr Kreuzer baut. Aber ich denke nicht, dass er weiter auf Kreuzer gehen wird. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Irgendwas vergessen, ey. Aber DTs kann ich nebenbei bauen. Einen Steppel. Einen Koloss brauche ich noch. Nicht genügend Energie. Ach, du brauchst da. Dann gehe ich oben hin. Die haben im Übrigen die Gold. Die haben sie nicht. Kann ich überhaupt was? Also ich bin gleich voll, da. Dann kann man dann von mir aus. Ja, ja. Wurde grad gescannt. Dann kommen sie gleich bei dir. Ne, bei mir kommen sie. So die mir. Ich vernahm euren Ruf. Euer Denken gleich dem Einer. In Einigkeit. Genug Orangschieser. Na, Darkwing ist nicht geführt. Wir stellen uns durch. Hier kommen sie, ne? Hier stehen sie. Die Panzer und alles. Nur nicht aufgebaut, die Panzer. Dann drauf. Dann einfach drüber. Dann einfach drüber. Easy, die haben wir so wollen. Oh, die haben aber viel Ecken, ne? GG. Hab sie jetzt schon rausgehen hätten müssen? Die hätten bestimmt noch nachdrücken können. Oder nicht? Na, ich hatte ja noch eine volle Armee, also. Das war noch nicht ganz 200, aber guck mal. Guck dir doch mal den Wert der Armee ein vom Gegner. Das war nix mehr. Der Blaue hatte nichts mehr. Der Linaner ist schon vorher raus. Na gut, der hatte auch nix mehr groß. Die A1 schaffen wir locker noch. Obwohl wir lange nicht mehr gezockt haben. Ja, da muss ich sagen. Sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Abonnieren. Tschüss. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020